hallo und herzlich willkommen zu einer neuen server vorstellung wir finden uns gerade auf dem playportal server playportal.de wenn ich mich gerade nicht erinnert und befinden uns hier am spawn ich dachte ich zeige euch den server mal eine runde wie gesagt dass der spawn wenn man auf den server kommt braucht man in diesem netten haus hier dort sind einige spiel modis drin verzeichnet und zwar hätten wir da badwars wir hätten paintball wir hätten one versus one arcade games und noch viele andere spielmodi zum beispiel sw wenn man darüber zu jumpen und mal schnell gucken was es wie es skywars genau skywars sw ich würde gerade gerne rein das problem ist gerade dass es um diese uhrzeit leider keiner online ist auf diesem server da dieses server erst eröffnet hat und gerne noch mitspieler sucht die interesse haben hier mitzuspielen ip ist unten in der beschreibung verlinkt wir hätten bedwurst mehrere lobbies und maps sehr interessant ja da sind auch schon einer rum aber wie gesagt mehrere spielmodi sind da wir können mal rein jumpen in ein spielmodi badwars zum beispiel dort kann man denn wählen welche farbe man ist denkt man die lobbies sie werden auch noch ein bisschen verändert und dann sind wir hier in einem spielmodi drin dort gibt es zum villager und man kann sich dann auch schneide sachen kaufen naja ihr denkt mal ihr wisst wie badwars funktioniert also das muss ich jetzt glaube ich nicht erzählen und sollte man klein ein blick in einem spielmodi weiter geht das muss ich jetzt weir mucha schief das muss ich jetzt Ich bin nun nicht gerade der Bad Wars Pro und soll ja auch nur eine kleine Vorstellung sein, also deshalb werde ich jetzt hier nicht sonst wie kämpfen. Ich habe ihn ja gerade geschrieben, dass ich aufnehme. Da muss ich denke mal gerade einen Bogen holen, um mich herunterschießen zu können. Äh, verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber er hat natürlich mein Bett abgebaut. So ist die Frage, wo der Junge jetzt bleibt. Oh, da ist er schon. Und damit ist er gewonnen und ihr habt schonmal einen kleinen Einblick in den Spielmodi. Und er freut sich. Wie gesagt, ihr habt einen kleinen Einblick. Okay, schonmal Bad Wars. Dann haben wir Sky Wars, wie gesagt. Ähm, jetzt gehen wir mal hier rüber. Arcade Games. Der Vorteil an diesem Server ist zum Beispiel sehr verwinkelt. Äh, man hat die Möglichkeit, dass nicht alle so mitten am Spawn rumhängen. Ja, dann hätten wir hier noch ein paar Spielmodis. Mal gucken. Wazer. Wazer kann ich euch mal zeigen. Ist eine ganz geile Sache, muss ich sagen. Ähm, ihr... Nehmen wir mal hier rüber, kann man nämlich schnell auf das Schnelle da rauf gucken. Wazer ist da, ist man mit einem Schweinchen unterwegs. Und dieses Schwein, mit dem Schwein muss man drei Runden lang als erster durchs Ziel kommen. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, dass man Sachen bekommt. Und dementsprechend, äh, auch gewinnt. Also es ist eine Art Mario Kart, nur mit Schweinen. Ne, ich bin gerade nicht auf Discord. Ähm, jo, wie gesagt, das wäre der nächste Spielmodi hier. Ähm, wir gucken mal. Also Nachteil, ehrlich gesagt, finde ich momentan, dass das sehr groß ist. Aber, ähm, das kann auch schön sein. Weil wenn nachher ganz viele Spiele auf diesem Server sind, dann... Ja. Ja, dann haben wir eine YouTuber-Bühne. So wie eine Twitch-Bühne für Streamer und YouTuber. Ist auch sehr gelungen, finde ich. Ja. Dann kennt ihr ja schon SG, denke ich mal. Und die Community. Die wird gerade noch ausgebaut. Also sie ist noch nicht ganz fertig. Jo, ähm, ich überlege gerade, der Android oder so ist gespawned, äh, gejoint. Gucken, ob wir den jetzt hier finden. Da ist er. Ah. Wo rennst du hin, Andrew? Und dann. Und dann geht's noch mehr. Und dann geht's noch mehr. Und dann geht's noch mehr. So, dass wir jetzt noch nicht mehr denn? Ja. Und dann geht's noch mal. Ja. Und dann geht's noch mal. gucken ob wir zu zweit funktioniert die lobby sind noch ein bisschen erweiterungswürdig aber ich denke mal das wird alles in der nächsten zeit passieren so wir kriegen gleich und mit den eiern können wir denn den gegner abwerfen suchen wir auch gleich mal den ende oder so und versuchen ihn von seinem tron zu klicken okay er hätte mich dann gekickt erst mal was er hat mich da oben getroffen ein k k 10 keller jahre also also kommt er gleich in den genuss welche spielmodus funktionieren in der server vorstellung ist ja auch mal eine gute sache so kauft man nicht die katze im sack und er hat mich immer noch getroffen also wie gesagt es gibt eine menge spielmodus hier auf diesen server also man kann nicht viel erleben jetzt trifft mich andauer das bringt eine frechheit und da hat er mich wieder getroffen ja man sollte besser zielen also so einfach drauf losballen ist keine gute idee glaube ich und da hätte ich ihn gerade abgeballert und wieder ja man muss glaube ich 15 punkte oder so 15 mal den gegner treffen andauer muss es noch sieben mal in dem fall dann sehen wir mal gleich noch mal eine runde bedroht mit endro oder so schwimmen wenn er mich nur dreimal getroffen hat hat er das spiel gewonnen also es gibt also noch 1 plus 1 spiele wo man reingehen kann wo war denn als ob die runde 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 ist der Eisenspawner. Wo ist eigentlich mein... ach da hinten. Okay, darum muss man sich erstmal gewöhnen. Well, it is. When do you know you're gonna go and dann? You just aren't wearing a shirt. How kind of do you know that moment beimemoto flash? wieder abwärts warum auch nicht jenny ist klar end oder so was sind die pro spieler am ist der es oben rum ja ja damit war es das so an den zeig ich jetzt noch ein bisschen nein war da schon gut einmal machen wir noch mit was haus ein so oder so ist ein kleiner pro und wird Da baut sich so oder so gleich wieder oben rum. Das fühlt sich jetzt schon. Da hätte das auch schon. Musik Ja, ist klar, schmal ich mich runter, genau, obwohl ich hätte ja versuchen können in den Links zu gehen Musik Da sind wir beim Thema kleine Fehler Der Tabak ist nämlich leider im Stein drin Ich glaube, da können wir Endo oder so auch nicht töten Musik 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 Gut, hier kommen wir wohl gerade erstmal nicht raus Wie gesagt, kleine Bugs gibt es immer Musik Die werden denke ich auch noch behoben Also was heißt denke ich, wird es schon so sein Musik 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 Oder liegt es daran, ne, ich habe ja hier so einen Gerade ich stand daran, liegt es also nicht Naja, vielleicht doch Wahrscheinlich zu wundern Gut, wir wissen jetzt allerdings auch, dass Endo oder so einen Bogen hat Musik Das heißt, der kann uns ganz schnell Dinge Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 um da reinzukommen ja es war noch ein paar schafe ja als er hat den bogen gekauft ja 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 damit hat er gewonnen so ich denke mal die zwei spielmodis reißen erstmal vorstecken wenn ich euch den namen sage dann wisst ihr ja auch was dahinter steckt also muss ich euch jetzt gerade nicht unbedingt jetzt am ersten video zeigen und außerdem haben wir Videos nur eine halbe stunde voll und naja falsche richtung ja wir müssten oben lang laufen in dem Fall ja wir müssen oben lang laufen in dem Fall dann zeige ich euch schnell noch andere Spielmodis die es hier in dieser Map gibt beziehungsweise auf sie selber hier waren wir glaube ich schon ne da hinten ist wie gesagt Arcade Games also von sich aus dieser Server eigentlich ganz schick gemacht es gibt hier die ähm One vs One Baubattle ähm dieses BB dort hinten dieses BB dort hinten hier haben wir nochmal die Kartbahn jo also wenn ihr Lust habt unten in der Beschreibung ist die IP Adresse drin und ihr könnt gerne mal joinen vorbeischauen und ich wünsche euch dann viel Spaß auf diesem Server Ciao Ciao Ich bin dann mal raus und beende damit dieses Video